So, wie vorhin angekündigt, kommt nun der zweite Teil, die freie Improvisation. Als ich hier in das Atelier kam, unter diesem Raum kam, hat mich dieses Bild, was jetzt hier gerade steht, sofort angesprochen. Ich habe vorhin mit Herwig Braumer ein bisschen darüber gesprochen, der hat mir erzählt, das ist aus einem Zyklus über Odysseus und die anderen Bilder auch, die hier vorhin standen. Und ich möchte zunächst beginnen, über dieses Bild eine freie Improvisation zu spielen. Tatsächlich freie improvisiert, ich habe mir nichts überlegt, nichts zurechtgelegt, ich habe den Rutsch in der Weg gestellt und ich lasse mich jetzt einfach treiben und sinke ein in die Bildwelt von Herwig mit Klängen des Cellos. Schönen Sieg Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018